Servus Leute, Willkommen zurück zu Project 04 Mask of the Lunar Eclipse. Ja, jeder hier im Kampf gegen die Geisterbraut, die da ist. Ja, hinterher! Geil! Ich habe mich übrigens einmal absichtlich von ihr treffen lassen, um zu schauen, ob das alles funktioniert so, wie ich es jetzt angestellt habe. Und ja, es klappt. Es ist verblasst. Was war denn das jetzt schon wieder? Sieht aus wie eine Krankenschwester, aber... Was ist die Kraft der Kamera? Da liegt was. Übrigens, da drin im Raum habe ich beim Vorbeigehen jetzt auch noch was gesehen. Da werde ich jetzt nochmal eingehen. Blauer Kristall. Blauer Kristall. Du kannst deine Basis... Deine... Ja, deine Fähigkeiten der Kamera Obscura verbessern. Mithilfe der blauen Kristalle. Geh ins Menü, dann Kamera Obscura, Upgrade Kamera. Okay. Aber erstmal gehe ich wieder da rein. Weil da habe ich was drin gesehen. Nämlich da an der Wand. Ah, ich und die was sitzen, das kann ja was werden. Ich glaube, das ist das Lustigste oder für einige quälendste hier in dem Let's Play. Jetzt ein Old Newspaper. Ja, es ist ein alter Zeitungsartikel. Sieht so aus, als ob von Dr. Asos Besuch berichtet wurde. Und jetzt fange ich auch noch an zu gähnen. Also, ich bin echt unprofessionell heute. Aber ist auch schon spät. Could it be about the creation of this room? Ja, kann es vielleicht von der Erschaffung dieses Raums handeln? Recently, der renommierte Experte. Der renommierteste Experte in Bezug auf paranormale Forschungen. Dr. Kunihiko Aso besucht Hogezo Island. Das ist des Doktors Langzeitwunsch. Als ein Folklore-Experte. Also, es ist ein langer Wunsch als ein Folklore-Experte. Unsere Insel zu besuchen. Und zu studieren. Und unsere Traditionen kennenzulernen. Er plant... Er plant morgen zur Insel zu reisen. Um die Ruketsu Kagura zu observieren. Also, es ist dieser Schreintanz. Also, zur Verwunderung wahrscheinlich. Viele Besucher. Von der Menni. Von der Menni. Vom Hauptland. Äh, vom Festland. Das ist eine super... Vermutung, viele Besucher kamen vom Festland. Oder irgendwie sowas. Das ist... Das ist... Das ist das Visite. Das ist das... Das ist das... Das ist das... Das sieht noch aus. Ich bin so falsch, was Englisch betrifft. Da. Noch ein Zeitungsartikel. Noch mehr failiges Lesen. Ich glaube, ich muss mir richtig einen Gast dazu holen. Aber ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch funktioniert. So wie ich es mir vorstelle. Das sieht wie ein Zeitungspapier aus. Ein Schnipsel eines Zeitungspapiers. Puh. Würde ich nicht gähnen. Mann. Aber ich bin nun mal müde. Also, sorry. Suspicious. Ein seltsamer Tod. Ein seltsames Massensterben auf der Rogetzerinsel. Gestern Abend um 4.30 Uhr. Als der Käpt'n des Schiffs, Oboro Maru, den Hafen der Rogetzerinsel erreicht, berichtete er, dass viele der Inselbewohner wohl getötet wurden. Time of Discovery. Zu der Zeit der Untersuchung. Die Polizei. Man geht davon aus, dass eine Gruppe. Moment. Ich bin infektbar. Also, dass eine Gruppe infiziert wurde. Denise 1, der war vor. Bei uns. Seit der Epidemie wurden sie in einem schrecklichen Zustand gefunden. Mit den Händen über ihren Gesichtern. Also, die übrigen Inselbewohner. Scheine es auf dem Ending einländers auf den Sieben. Und ja, einige verbliebene Inselbewohner wurden auf der Insel gesehen. Hattel Sevaras auf Yerzebeet. Das gehört. Ja, aber die Überlebenden. Und nach den Überlebenden wird noch gesucht. Zur selben Zeit, als die Körper der... Ich meine, wir kaufen das. Als ihre Körper von der Polizei entdeckt wurden. Die Suche geht weiter. Despite the fact that many of the islanders are dead or missing, there is no advice and an accident or struggle. Unabhängig vom Fakt, dass viele Inselbewohner tot oder vermisst wurden, geht man derzeit nicht von einem Unglück oder... äh, nicht von einem Unfall oder... Struggle? Was war denn das nochmal? Auf jeden Fall geht man nicht von... äh, ein Unglück aus oder Selbstmord oder dergleichen. Die Islanders appeared and have suddenly disappeared. Ja, die Inselbogen werden erschienen und sind dann aber sehr schnell wieder verschwunden. And the police have announced that the necks of the bodies were unmeterious. Ja, und die Polizei hat die Information oder hat herausgefunden, dass die Nacken der Körper unnatürlich gewunden waren. Was auch unnatürlich gewunden ist, ist meine Englischkenntnisse, die... die man gar nicht mehr Kenntnisse schimpfen darf. Die war doch genau da. Ah! Ja, 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 ja! Scheiß Hand! Ich hab mich erschrocken! Seid ihr mir weg? Das war nur da, um mich in eine Falle zu locken, ihr... ihr Entwickler, ihr! Na! Ich bin auch nur voll drauf reingefallen! Ich hab mich auch noch von dieser Hand grapschen lassen, das gibt's doch nicht! Die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Da geht's weiter, da war ich vorhin schon... Will ich dahin? Soll ich dahin? Muss ich dahin? Ich muss fünf Masken... Wie waren das vier oder fünf? Fünf Masken in einer Reihe, wo... Wo hab ich denn Masken gesehen? Also hier nirgendwo nehme ich an... Und hier irgendwo Masken? Toll, kann ich nach Masken ausschauen? Ich glaub... Ich glaub, ich seh nicht rechts. Wenn irgendwo ein Monster kommt, bin ich erledigt. Natürlich sind alle Türen zu. Super! Echt geil! Ich glaub, ich werd mich an dieses Spiel nicht gewöhnen. Das war ja bei London Project Zero Teil auch so. Kommt irgendeine Tür offen oder so? Alles zu hier! Fünf Masken... Das sind nur drei. Sprecherpunkt, ja! Ja... Auch wenn ich Schaden genommen habe, aber... Egal, gibt Schlimmeres. Ist jede Tür zu? Jede einzelne? Es sind auch nur drei. Ach du Kacke! Schnell! Falsch! Ja toll, jetzt packe ich's aus! Jetzt! Ist ja schon zu spät. Gut, es wurde mir wenigstens gezeigt, wo ich hin muss. Dann gehen wir mal geradeaus weiter. Schön, dass ich erstmal alles falsch denke. Die Tür ist offen. Da liegt was. Will ich's haben? Ich weiß nicht. Das sieht nicht so gut aus. Oh, ich dachte schon, das Teil da wär ein Gegner. Ja. Die zwei Items. Sculpt of a Notebook. Äh, Notebook. Notizbook. Genau. Sculpt of a Notebook. I've been placing. Ja, ein Stück eines Musikbuchs. Wurde am Piano platziert. Madoka. Ja, Madoka. Ich kann's nicht überhaupt hierher. Hier war doch zu, als du dran warst, oder nicht? Just write something. Ich werde nur was schreiben. Alles ist gut, aber wenn ich nichts schreibe, alles wird weggehen. Wenn ich nichts schreibe, werde ich vergessen. Wenn ich nichts schreibe, ist alles vorbei. Ich hab was vergessen. Am Ende wird alles wieder rauskommen. Langsam. Es kommt näher. Langsam. Es kommt näher. Es kommt näher. Schmelzend. Mutter. Hilf mir. Hilfe. Jeder treats mich. Betrügt mich? Jeder betrügt mich. Nee, jeder spielt mit mir, wie mit einem Spielzeug. Stopp. Hör auf mich zu schütteln. Was zum... Was war das? Scheiße. Boah. Boah, die Entwickler machen mich jetzt schon wieder alle. Lass mich raten. Geisterhand. Ne. Blast. Ja! Power blinsen. Power blinsen. Kann man ausrüsten, um die Kammer Obscura mächtiger zu machen. Okay. Da wird ausgerüstet. Du musst die Lins press C Buttons. Alles klar. Kann auch wechseln. Das Spiel. Okay. Das sind die Linsen. Schüsse. Funktion. Ich habe nur diesen Schuss. 5 brauche ich für Nachlaub. Spirit Power. Rote Kristalle gibt es also auch. Maximum Spirit Power. 30. Wow. Das kann dauern. Ich glaube, das Spiel wird nicht einfach. Ich habe es ganz schwach gesehen. Das war mir jetzt mehr ein Reflex. Hau ab. Gut, dann werde ich den Schlüssel mal mitnehmen. Das ist Mon Key. Ah, da ist ein kleiner Schlüssel auf so einer Holzplattform. Claudie Moonkeft Key. Äh, Dingens hier. Genau. Wie heißt das jetzt? Neblige Mondhühle. Ah. Ach nein, den ganzen Weg zurück. Da kommen ja 100 Geister. Ne, okay. Ah. Eingangshalle. Eingangshalle. Zweiter Stock. Ne, zweites Tor. Anweisungen zum Öffnen. Erstens. Switch der. Switch von der Control Panel. Ja, ähm. Ich betätige das, ähm, den Kontrollhebel im Storeroom, im Lagerraum. Unter der großen, äh, unterhalb der Treppe in der Eingangshalle. Also da, wo ich wahrscheinlich hin muss. Victor Opens hilft die Nummer. Äh, die große, zweitens, die große Tür öffnet sich mit der Nummer 13. Ja, ähm. Nichts als Nützen ohne das Management vorher ein Kenntnis gesetzt zu haben. Oder so ähnlich. Alles klar, da liegt was. Will ich's haben? Eigentlich nicht, weil wieder so eine Hand kommt. Wetten? Ne, keine Hand. Ja! Boah, 5 gleich. Geil. Das heißt, der eine war einfach nur so, ja, das ist ein Kristall. Ja. Simon Atensial. Maskenhände an der Wand. Da fehlt einer. Eine, eine fehlt. So. Und so. Okay. Und vielleicht hältst du mich noch nicht doof. Was, ist das nun in der Heizung. Der ist hier irgendwo der Kleine. Aber wo? Ich hätte, den muss ich besiegen, dann kriege ich die Maske. Hier ist irgendwas. Ja, da liegt ein Zettel, den sehe ich doch. Ja, ne, doch nicht. Das da? Ja, Kräutermedizin. Mann in Küche. Okay, das Kitty war einfach nur, damit ich Punkte bekomme, oder wie? Alles klar. Dann komme ich wieder zurück. Ich gehe doch jetzt richtig, oder nicht? Ne, jetzt gehe ich falsch. Ich habe doch gerade in die Richtung geguckt. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Wahrscheinlich gibt es da unterhalb dann die Maske, die Fehlende. Auf jeden Fall, speichern muss sein. Danke. Ja, weg hier. Der lasse mich richtig rennen. Ja. Ich habe schließlich, hier kommen doch wieder tausend Gegner. Egal, einfach mutig sein. Einfach. So mutig sein für Luca, kaum schon. Ne Hand, oder? Wow. Rote Kristalle, kann er verstärkt werden. Achso, für Linsen, ah. Okay, für Linsenverstärkung. Alles klar. Ich weiß aber nicht, ob ich für Linsenverstärkung einsetzen werde. Einfach weg. Einfach weg. Ich bitte jetzt komplizieren, was. Lass mich in Ruhe, Monster. Ich habe dir nichts getan. Einfach nur weg. Einfach nur speichern. Alles ist gut. Muss auch irgendwo ein Item sein. Da, 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 da. Ja. Film. Ja, kenne ich schon. Ansonsten gibt es jetzt nichts mehr, hoffentlich. Doch da. Da, 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 da. Ja, das wollte ich nicht. Sollte ich auch nicht. So da liegt es an der Ecke. Nimm es. Ja. Dann liegt noch was, das habe ich gerade gesehen. Ich fand nicht, wann solche Hände kommen. Fugetsu Island Touristenbroschüre. Einmal alle 10 Jahre auf der Rugetsu-Insel. Das, ne, der Rugetsu-Kagura-Tanz. Das, das größte Inselritual wird vorgeführt. Das Highlight, das Highlight des Festivals ist in der Mondfinsternis-Halle. Lunar Eclipse heißt Mondfinsternis, wenn ich mich nicht irre. Weißt ja auch, um, Skola auf der, ne, Skola auf der Festszen, ne, das ist Dark Souls 2. Wo komme ich da jetzt drauf? Und Mask of the Lunar Eclipse, also Maske der Mondfinsternis. Eine Schweinmeid ruft Utsawa, gemeint ist Fessl, keine Ahnung. Und ausgesuchte Handfrauen rufen Kanade, ne, werden Kanade genannt. Und, ne, ah, jetzt verstehe ich. Die, die Schreinpriesterinnen werden Utsawa genannt. Das bedeutet, Fessl, keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Und die aus, auserwählten Handfrauen werden Kanade genannt. Das bedeutet, Akkommo, Akkommo, Akkommo-Penist. Kenne ich auch nicht das Wort. Sie sind die leitenden Rollen bei diesem mysteriösen Tanz. Mysteriösen Tanz, also die führenden Rollen. Die Hauptperson quasi. Thanks for your visiting. Danke für euren. Danke, dass Sie Ruketsu Einheit besuchen. Ja, wir freuen uns, er heißt im Theristenspruch da, wir freuen uns, die Gepflegtheiten der Insel, ihn und ihre Familie nahe zu bringen, Freunden und dergleichen. Also, so ein übliches, Werbung eben. Alles klar. Ach, du Scheiße. Ziel nach oben. Ja, ja, ja. Ah, shit. Ah, Mann. Ich hatte es doch schon fast. Warum bin ich abgerutscht? Egal. Wir speichern. Oh, bin ich gut in das Spiel? Ich werde zu viel verbocken. Sehe ich jetzt schon. Ja. Gut. Shop. Aha. Dann gibt es das nicht nur ein Project 05, sondern auch hier. Wie viele Punkte habe ich denn? 11.000. Okay, dafür werden jetzt die Punkte verwendet und nicht mehr, um aufzulaggeln. Na gut, ähm, ich weiß, es ist lame, aber man kann nie sicher sein. Weil ich glaube, ich werde mich hier echt blöd anstellen in dem Spiel. Na gut. Dann würde ich sagen, das war Project 04, Mask of the Lunar Eclipse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fitt euch. ist es für euch.